So, liebe Freunde, ich bin wieder da und ich weiß jetzt auch, wo dieses Lager ist, was uns noch fehlt. Dafür gehen wir jetzt hier erstmal die Straße runter und ich würde mal sagen, wir halten uns links von der Straße, denn wir müssen nochmal zum See der Blutelementare. Und da müssen wir noch ein Stückchen am Blutsee lang reiten und dann müssten wir eigentlich da zum Lager kommen, was wir suchen. Ich hoffe, das stimmt auch. Nicht, dass die Karte uns da irgendwelchen Mist anzeigt. Zwei Plätze haben wir auch noch frei im Gepäck, das heißt, wir müssen gleich erstmal wieder verkaufen, wie blöde. Na, Wahnsinn. Und ich frage mich gerade, wo wir die ganzen Quests abgeben sollen. Was hat denn alles in der Blutwacht? Hier müsste gleich irgendwo das Lager kommen. Tatsächlich, da ist es sogar. Wahnsinn. Toll, nix da. Keine Quest, kein gar nichts. Und auf der Karte war im Grunde, im Grunde war da alles erkundet gewesen. Okay, jetzt haben wir da noch das Lager gesehen, okay. Das ist aber auch ganz schön fies versteckt gewesen. Na gut, was soll's. Wir können auf jeden Fall zur Blutwacht und dort die letzten Quests abgeben. Und dann haben wir die Blutmythos-Insel hinter uns gebracht. Ich denke mal, dieser Part... Ja, okay, dieser Part wird's wohl nicht mehr sein. Ich denke mal, da werden wir jetzt noch ein bisschen was lesen. Äh, vielleicht im nächsten Part. Was ist das? Ist das der Rare Mob? Nee, das ist der, den wir später noch töten müssen. Ich meine zumindest, dass wir den noch töten mussten. Weil früher war das auf jeden Fall irgendwie ein Rare Mob gewesen. Oder ein Elite, den man da erschlagen musste, um noch irgendwie an weitere Informationen der Blutelfen zu kommen. Und wenn es hier auf der Insel eine Bank geben würde, würde ich auch mal Sachen auf die Bank legen. Wobei, da haben wir eh keinen Platz mehr. Da haben wir ja eh keinen Platz mehr, das ist ja nicht gut. Nee, nee, der ist nicht gut. Aber wir könnten vielleicht, bevor wir dann nah zur Dunkelküste aufbrechen, da könnten wir vielleicht nochmal eben in die Stadt gehen, unsere Schneiderei ein bisschen weiterführen. Wie schaut's jetzt eigentlich mit Verzauberkunst aus? Das würde mich mal interessieren. Oh, haben wir doch schon so viele Sachen entzaubert, dass wir schon auf 59 Verzauberkunst kommen? Nicht schlecht. Das ist wirklich gar nicht mal schlecht. Vor allen Dingen, ich habe auch letztens mich mal so noch ein bisschen durchgelesen, durch die ganzen Neuerungen von World of Warcraft. Habe gesehen, dass man ja mittlerweile auch über Umschmieden die Attribute von einzelnen Rüstungsteilen anders verteilen kann, so dass die halt für die jeweilige Klasse besser geeignet sind. Und dann gibt's glaube ich noch Transmogrification heißt das. Da kann man dann Sachen, also Aussehen von Sachen dahingehend verändern. Wie erkläre ich das am besten? Also man hat jetzt zum Beispiel, es gab, ich glaube, zu Burning Crusade-Zeiten gab's da ganz coole Priesterflügel oder Schulterstücke, wo Flügel dran waren. Die hatten zwar schlechte Werte, aber die konnte man, ich glaube, den Wert konnte man da runternehmen, das halt nur noch als Muster benutzen. Und dann halt eins aus jetzt Mist of Pandaria, irgendein T-Set-Teil konnte man da nehmen, mussten natürlich auch Schultern sein. Und da konnte man die Werte von dem Mist of Pandaria-Teil mit dem Aussehen von den Burning Crusade-Flügelschultern benutzen. Und man hatte halt diese Flügelschultern, die richtig cool aussehen, mit den Werten von dem hochwertigen Gegenstand. Ich hoffe, ich habe das jetzt deutlich ausgedrückt oder vielleicht auch unverständlich, weiß nicht. Vielleicht werden wir das im Laufe des Let's Plays auch mal noch mal näher erläutern oder uns mal näher angucken. Jetzt geben wir hier erstmal die Quests ab. Möge das Licht bei all euren Bemühungen mit euch sein, Hexenmeister. Was habt ihr da? Hm, das ist äußerst faszinierend. Ja, ich sollte in der Lage sein, die eigentlichen Einträge des Schreibens in diesem Buch entziffern zu können. Ich verfüge über die benötigten Mittel hier. Es sollte nur einen Augenblick dauern. Ach ja, das ist dieses Tagebuch, was wir gefunden haben. Das wird er uns ja jetzt erstmal entschlüsseln. Und dann müssen wir den Schatz noch weiter suchen. Wie gesagt, hier könnt ihr wieder bei dem Text pausieren und euch den Text dann selber durchlesen. Der geht mir einfach zu schnell vorüber. Seht euch diese Passage an. Das konnte ich jetzt noch vorlesen. Nolkais Worte Ich bin mit der Entschlüsselung jetzt fertig. Anachort Anachort Petois zeigt auf einen Textabschnitt am Ende seine Abschrift. Der Feind ist ganz nah. Wir haben alle Überlebenden zusammengerufen und uns mit ihnen zu dem östlich gelegenen Tempel geflüchtet. Es ist der letzte Ort auf dieser Insel, den wir noch halten können. Unter den Überlebenden hat sich der Glaube verbreitet, dass dies unsere endgültige Zuflucht sein wird. Ich habe Vorkehrungen getroffen und meine Verbleibende habe am Boden eines Tempels vergraben. Ich hoffe, dass sie jemand finden und somit erfahren wird, was hier geschehen ist. Aha, haben wir da schon mal den nächsten Hinweis. Moment, jetzt gehen wir aber erstmal oben ins Häuschen rein. Ich würde sagen, das ist ein guter Plan, weil dann brauchen wir hier ins Häuschen glaube ich nicht wieder zurück. Es sei denn, er schickt uns wieder kreuzten und quer über die Insel. Konntet ihr herausfinden, was das Vermessungsteam von seiner Rückkehr abgehalten hat? Leider ja. Ihr erzählt Herold Mikolas vom Schicksal des Vermessungsteams. Er nimmt den Kristall von euch entgegen, aber schweigt für einen langen Augenblick. Es waren gute Männer, Crazy Bane. Sie wussten, dass ihre Mission gefährlich sein würde. Ich bin euch dankbar für das Auffinden des Teams und die Wiederbeschaffung des Kristalls. Der Herold ballt seine Faust. Wir haben bereits zu viele unserer Männer verloren. Dabei hat unsere Mission gerade erst begonnen. Quest, ja, ich habe es befürchtet. Da gibt er mir wieder etwas Neues. Oh nein. Oh Mann. Die zweite Probe. Da wir nun ein Kristall als Vergleichsgrundlage haben, benötigen wir jetzt Proben von gefährlichen Gegenden der Insel. Um das Set zu vervollständigen. Und zu vervollständigen. Das ist zur Exo. Das ist zur Exo. Das ist zur Exo da gesendet. Das ist zur Exo da senden möchte. Meine Fresse. Was ist denn jetzt gerade los? Moment hier. Wach werden. So. Die nächste Probe muss von den Kristallen kommen, die von den Blutelfen in der Umgebung des Messerwinkels nordwestlich der Blutwacht kontrolliert werden. Berichten zufolge verändern und ernten sie die Kristalle, um sie in eine Art magische Apparatur zu verwenden. Versucht einen Kristall zu finden, der noch nicht in eines dieser Geräte eingebaut wurde und entnehmt eine Probe davon. Ach ja, stimmt. Jetzt dürfen wir ja erst noch Kristalle, Kristallproben sammeln und sowas alles. Also wir kommen hier doch wohl noch nicht ganz so schnell runter, wie ich das vorhin angekündigt habe. Also ich denke mal, wir werden den nächsten Part auch noch auf dieser Insel hier verbringen. So, was haben wir denn hier? Schon zurück? Konntet ihr das Schreiben finden? Aber sicher. Verteidiger Boros beachtet das Dokument. Das ist Talasisch. Glücklicherweise kenne ich eine Person, die es übersetzen kann. Äh, Übersetzungen. Unsere hochrangigste Vernehmungsbeauftragte Elysia spricht fließend Talasisch. Bringt ihr dieses Dokument. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. Ne, die nehm ich nicht an. Das ist ne tägliche Quest, die möchte ich nicht. Die möchte ich nicht annehmen. Da haben wir Talasia. Die sieht aus wie meine damalige Angels Dust, meine Magierin. Ich habe hier etwas viel zu tun. Ich habe hier etwas viel zu tun, Agent Crazyban. Ich hoffe, euer Anliegen ist wichtig. Elysia liest das Dokument. Wenn wirklich stimmt, was hier steht, dann haben die Blutelfen ein Portal zur Scherbenwelt geöffnet. Das würde auch ihre schier endlose Zahl erklären. Äh, Audienz beim Propheten. Ihr müsst das übersetzte Dokument Wählen persönlich überbringen, Crazybane. Ich vertraue diesem verstörten Boten nicht. Erklärt den Propheten, dass die Blutelfen Verstärkung aus der Scherbenwelt erhalten und dass sie einen Spion unter den Draenei bei der Exoda haben. Wählen hält sich in den Hallen des Lichts in der Exoda auf. Beeilt euch. Na, ich bin ja begeistert. Jetzt dürfen wir auch noch zur Exoda, oder was? Entschuldigung, da hat die Stimme gerade mal kurz versagt. Ach ja, gut, dann müssen wir auch gleich nochmal zur Exoda. Ist ja Wahnsinn. Schon wieder zurück. Ich hoffe, diese Aufgabe hat nicht zu viel von euch abverlangt. Ihr habt erneut bewiesen, dass ihr ein fähiger und aufmerksamer Worgen seid. Habt meinen Dank und natürlich eine kleine Abfindung. Ja, nehmen wir auch an. Dankeschön. Der gibt uns nichts Neues mehr, das finde ich schön. Möge das nicht. Was haben wir hier? Achso. Es gilt jetzt eine längerfristige Lösung zu finden, um die Arten wieder in ihren Urzustand zurückzuführen. Momentan ist das Zeit, was zeitweilige Ausmerzen ihres Bestandes jedoch die beste Methode. Danke für eure Hilfe, Crazybane. Habe ich gern gemacht, weil dafür kriege ich auch gute Gegenstände. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Wo ist der Gürtel? Ausdauer 3, Intelligenz 4. Ausdauer 3, Intelligenz 4 und 26. Krass, der Gürtel ist sogar besser als den, den wir andere haben. Das ist ja gut, dass ich da nicht sofort weggeschmissen habe. Oder nicht sofort entzaubert habe. Mann, Mann. So, dann haben wir hier noch eine. Verteidigerin Alessia scheint eher durch euch hindurch als auch euch anzusehen. Sie ist wohl voll und ganz mit dem Satyren beschäftigt. Seid ihr schon gegen den Anführer der Satyren vorgegangen? Aber klar, ohne ihren Anführer und die entwendeten Kristalle können wir die Satyren bedenkenlos in Schach halten. Nur das Licht weiß, wie viele dieser erbärmlichen Kreaturen da draußen noch lauern. Herold Mikolas und ich sind euch für eure Hilfe sehr dankbar. Ihr habt uns geholfen, eine noch größere Bedrohung durch die Satyren abzuwenden. Euer Einsatz wird alle daran erinnern, dass Wachsamkeit der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es darum geht, gegen die Legion und ihre Diener vorzugehen. So, dann nehmen wir den Zauberstab mit. Super. So, und jetzt sieht es aus, als ob... Oh, viele Quests haben wir nicht. Auf der rechten Seite, die Quests lüften sich. Schön. So, konntet ihr die Proben bekommen, die ich benötige? Aber klar, hier sind sie. Ich habe jetzt mehr als genug für meine Untersuchungen. Ich danke euch. Solltet ihr noch etwas anderes auftreiben können, was das beweist, dass die Kristalle die einheimischen Kreaturen der Blutmythosinsel beeinträchtigt, so lasst es mich sofort wissen. Nehmt ihn weg, will nur wenige gehen. Ui, wie schön, wir haben das auch geschafft. Was haben wir denn jetzt noch so an Quests? Da müssen wir nochmal hin und damit... Wo haben wir denn den Rest der Quests? Ach, du Scheiße, da hinten sind ja... Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal nochmal wieder verkaufen und ein bisschen reparieren. Ach, Moment, das brauchen wir noch. Dann müssen wir hier nochmal entzaubern. Das können wir auf die Bank legen. Die Blümchen... Ach komm, die Blümchen tun wir auch weg. Den Wein tun wir weg. Die Kristalle schmeißen wir sowieso weg. Den Gürtel können wir entzaubern. Das Ding können wir auch entzaubern. Das Axt weg. Die Blümchen weg. Ja. So, jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Platz. Jetzt haben wir erstmal wieder ordentlich Platz. Und ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Flugreise. Wo ist denn jetzt hier der Greifenmeister? Da müsste ich mal eben gucken. Der ist da hinten irgendwo. Da oben, ich müsste da stehen. Oder da. Obwohl, seht ihr ja jetzt gar nicht, ich habe ja wieder eine Mauskursor ausgeblendet. Ach, was ist das denn, ein anderer Spieler? Ich werde verrückt. Hier laufen echte lebende Menschen rum. Ein echter lebender Mensch. Okay, weil der läuft nicht rum, der ist AFGA. War ja klar. Sieht man mal hier, was echtes Leben ist und was ist nicht anwesend. Flieg uns mal bitte zu Exo da. Und dann fliegen wir erst zu Exo da. Geben dem Großmarschall oder wer das da sein soll, eben die Nachricht von den Blutelfen. Und dann gehen wir mal weiter Richtung Steg. Was ja auch noch da im ersten Gebiet ist. Dann haben wir die zwei nämlich dann auch schon mal wieder abgehakt. Und dann sind wir bald durch. Dann sind wir hier bald durch. Ich gucke nochmal kurz bei Quests. 428 Quests haben wir schon gemacht. Das heißt, nächste Aufnahmesession werden wir es wahrscheinlich noch nicht schaffen. Übernächste haben wir dann die 500 Quests abgeschlossen. Ja, dann sieht das alles doch schon wieder ganz anders aus. Und sobald wir gelandet sind, werde ich den Part dann cutten. Und dann geht es in zwei Tagen mit dem nächsten Part für uns weiter. Also für mich geht es jetzt gleich schon weiter für euch dann in zwei Tagen. Ich hoffe, ihr haltet so lange durch. Ich muss sagen, es macht mir echt Spaß. Auch dafür, dass ich da jetzt schon über 125 Parts gebastelt habe. Und produziert habe. Macht es mir echt immer noch tierisch viel Laune, dieses Spiel. Vor allem macht es mir mit euch auch viel mehr Laune, auch die ganzen alten Quests. Beziehungsweise die Quests, die für unser Level schon gar nicht mehr eigentlich geeignet sind, noch zu machen. Wenn ich für mich alleine wäre. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch machen würde. Aber mit euch zusammen. Auf jeden Fall. So, wo müssen wir denn hin? Da ist die Exo, da müssen wir mal die Quest hier anwählen. Dann zeigt er uns auch den richtigen Weg an. Heldenausruf haben wir da auch noch. Da könnten wir eigentlich auch gleich mal drauf gucken. Aber hier jetzt eben den Cut für die nächste Folge. Und wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder. Der Gürtel sieht ja scheiße aus. Und wir sehen uns dann in zwei Tagen wieder.